Wobei er die Arschkarte jetzt hat, weil er muss jetzt live praktisch viel mehr singen und singen ist, wenn er da so viel rumhampelt und sprengt und schießt, dann ist es schwer sich auf Singen zu konzentrieren. Wenn du beim Sprechen, dann geht das, aber beim Singen ist es schwer gleichzeitig mit dem Flammenwerfer zu schießen. Doch da muss Herr Lindemann wohl durch. Und es wäre schließlich nicht die erste Hürde, die Rammstein zu meistern haben. Nach überstandenen nationalistischen Vorwürfen und Zensur, nach echtem und handfester Bandkrise, können wir guter Hoffnung sein, dass wir noch weit über das Album Reise, Reise hinaus viel Freude an ihnen haben werden. Uns gibt es jetzt auch schon zehn Jahre und das kann man sich auch gar nicht mehr vorstellen, dass es mal nicht mehr so sein wird irgendwann. Und wie gesagt, wie Paul Schoen vorhin sagte, hatten wir vor der Platte eine ganz schöne Krise in der Band. Also es waren richtig, wie man sagt, berühmten persönlichen Differenzen. Wir haben einen neuen Weg gefunden, eine neue Variante, wie wir weiter bis in einer anderen Konstellation Musik gemacht haben. Und mittlerweile ist es schon so lange, dass man kann sich schon richtig von einer alten Band sprechen. Und niemand würde wohl gern sich vorstellen, dass es irgendwann mal nicht mehr so sein wird. Und mal ehrlich, eine Welt ohne Rammstein wäre einfach unvollkommen, wäre zu leise, wäre einfach zu brav und lieb. Zur Zeit mag ich persönlich alle, wirklich. Ich habe die alle lieb und ich freue mich, dass sie noch am Leben sind. Und ich genieße, dass wir Musik machen dürfen. Es gibt Leute, die kommen, interessieren sich dafür, dürfen CDs veröffentlichen. Also besser geht es eigentlich gar nicht. Ich wüsste jetzt nicht, wo es besser ist.